Ich bin Thomas Kessler, ich bin Eure Driski, ich bin unser ganzes Land zuhause. Ich bin als Outdoor Guide tätig, seit 10 Jahren mit einer eigenen Firma. Ich bin an vielen Orten draussen mit Gästen unterwegs. Das ist mir erfüllt und das, was mir am meisten Freude macht. Ich bin immer gerne fotografieren gegangen und oftmals ist das Hobby eigentlich ein bisschen mehr geworden. Ich bin geschäftlich sehr viel draussen unterwegs gewesen. Ich bin an sehr vielen schönen Orten gekommen, auch zu guten Zeiten. Irgendwann ist mehr daraus geworden. Ich habe mich mehr interessiert. Das ist das bessere Equipment da gewesen. Es hat die schöneren und besseren Bilder gegeben. Oftmals haben sich Leute dafür angefangen zu interessieren. Sie wollten die Bilder kaufen, sie wollten sie für sich nutzen im Geschäft. Das hat sich immer weiter entwickelt und heute ist es ein wichtiges Standbein geworden für mich. Am liebsten mache ich Bilder in der Nacht oder im Ausgang von Tag zu Nacht oder von Nacht zu Tag. Dann ist das Licht speziell, dann ist die Stimmung eigentlich am spektakulärsten. Das sind die Momente, die man richtig einsaugt. Für mich ist die Kamera genau das Mittel, um diese Momente festzuhalten zu können. Ich tippe euch einfach ein schönes Bild. Man braucht keine wahnsinns teure Kamera, um ein super Bild zu machen. Ihr könnt auch euer Handy brauchen. Was darauf ankommt, ist, wenn ihr die Perspektive wählt. Versteckt euch hinter dem Baum und schaut nach vorne mit dem Handy und macht euch ein Bild. Oder ein Blümchen am Boden. Bückt euch zu den Blümchen. Dann wird das Ganze viel spannender und für den Zuschauer und den Betrachter ist das Bild dann auch intensiver. Musik 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 Vielen Dank.